Ja, Hallihallo, hier ist Christian Schämeyer, Pater, Rapport und Beziehungscoach. Heute ein sehr schönes Thema und zwar positives Denken. Könnte man, ist ja auch irgendwo verwandt zu meinem Konzept vom nice-geilen Leben. Trotzdem hat es da so seine Tücken und ja, das, was jetzt gleich kommt, ist auch ein Preview auf meinen neuen Kurs Spiritualität und nice-geiles Leben. Ja, viel Spaß damit. So, Thema positives Denken. Also, sicherlich nicht verborgen geblieben mit meinem nice-geilen Leben, dass ich da eine ganze Menge mit zu tun habe. Es gibt trotzdem einen Punkt, an dem man vorsichtig sein muss. Ich versuche, den mal darzustellen. Also, positives Denken findet man ja auch überall in der Literatur. Es gibt aber auch Literatur, gibt es auch ganz spannende Bücher, in der positives Denken auch kritisch angeguckt wird als, ja, weiß nicht, neue Religion sozusagen oder Sache, die alles, also, wo gesagt wird, ja, das ist ja Quatsch, dass das so alles lösen kann. Und, also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, kann man jetzt auch als eine, ich finde es schon gar nicht mehr spirituell, aber kann man als eine spirituelle Sicht sehen, dass wir halt unsere Realität selber schöpfen. Und das geht eben im Wesentlichen über unsere Glaubenssätze, über unsere Paradigmen, in denen wir denken, auch über unsere Emotionen. Und insofern, ja, also macht nicht positiv zu denken, ist jetzt auch keine Lösung, weil das erschafft eben, ja, über die Glaubenssätze eben deine Realität, die dann eben auch nicht so richtig optimal ist. Also, dann wird ja immer wieder gern gefragt, auch mit Recht, ja, aber was denn, wenn ich jetzt, aber ich habe ja nun mal diese Sachen erlebt, ich habe diese Traumata an mir, ich habe diese Schmerzen in mir, das kann man ja jetzt nicht weg, positiv denken, da würde ich sagen, ja, stimmt. Also, es ist tatsächlich so, dass, also man kann sagen, positives Denken oder Sachen in einem positiven Licht sehen, führt dazu, dass du deine Bewusstseinsschwingung auf eine höhere Ebene lenkst, was total gut ist, ne? Also, nur die Sachen, die in dir drinstecken, also die Schmerzkörper, die du noch hast, die Traumaenergien, die noch da sind, ähm, die sind natürlich nicht weg, nur weil du dich jetzt auf ein höheres Level gebracht hast in deinem Bewusstsein, ne? Also, wie soll man mal sagen, ich kann, nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Bienenstachel irgendwie, oder einen Stachel irgendwo im Fuß oder so, jetzt kann ich mich sozusagen positiv denken und kann mich auf ein höheres Level schießen, aber der Stachel ist natürlich immer noch drin, ne? Und will rausgezogen werden irgendwann und wenn ich es, äh, wenn ich es jetzt sozusagen heute nicht mache, dann muss ich ihn morgen ausziehen irgendwie, ne? Also, das ist tatsächlich so, ja, positives Denken heblich auf eine höhere Stimmung, beeinflusst damit auch, äh, deine Zukunft, was für eine Realität du dir erschaffst, aber, ja, der Stachel will trotzdem raus eitern sozusagen und das zeigt sich halt, ähm, darin, dass eben doch mal auch, äh, ja, negative Emotionen hochkommen oder man so ein Schmerzgefühl hat von Sachen, die jetzt in der Vergangenheit passiert sind oder ein Schmerzgefühl, weil dann irgendwas antriggert, ähm, in der Realität hier, also mit mir und jetzt irgendwas antriggert und, ähm, ähm, wie geht man jetzt damit um? Ich will jetzt an dieser Stelle nicht auf diese ganze Ebene mit Traumatherapie, ähm, ja, das wäre anderer Kurs, anderes Thema, äh, habe ich auch so ein bisschen, ich stehe auch ein bisschen auf Kriegsfuß mit, ähm, aber, was ich schon sagen kann ist, wenn irgendwie ein Schmerzgefühl hochkommt, dann möchte es natürlich angeschaut werden, ne? Ähm, angeschaut werden heißt ja, dass man sagt, ja, danke, weil, wie geht man auch, äh, dass du deinem System sagst, danke, dass du dich jetzt zeigst, aber das ist das Äquivalent von Stachel rausziehen, ne? Also es zeigt sich ein Schmerzgefühl, damit es, ja, verarbeitet werden kann, ne? Oder, äh, ich weiß nicht, oder du, ich weiß nicht, bist schon lange raus aus deiner toxischen Beziehung und erlebst irgendeine komische Situation im Alltag, die dich einfach erinnert an irgendeine toxische Situation aus der Vergangenheit, dann spürst du wieder dieses Schmerzgefühl, du weißt auch nichts, es ist jetzt nichts, ich bin einfach nur angetriggert und das wäre das Äquivalent von Stachel rausziehen, indem du halt, ähm, ja, anerkennst, ja, da zeigt sich jetzt ein Schmerz, weil er raus will aus meinem System, nur, eins ist ganz wichtig, äh, du fütterst diesen Schmerz nicht, ne? Also du fütterst diesen Schmerz nicht, äh, indem du wieder stundenlang drüber nachdenkst, äh, wieder in inneres Drama gehst, äh, oder, äh, weiß ich nicht, äh, aus diesem angetriggert sein, irgendeine negative Gedankenkette spinnst, das wäre füttern, das willst du nicht, ne? Du schaust es an und sagst dir dann, ja, danke, dass du dich zeigst und, äh, äh, jetzt können wir das ja auch loslassen, diese Emotion und so, ne? Ähm, also solltest das auch nicht bewerten, also wenn du in irgendeinem Punkt, ähm, weiß ich nicht, ein doofes Erlebnis hast oder angetriggert bist, solltest du das nicht bewerten, sondern solltest einfach sagen, okay, danke, das ist jetzt mein Weg, dass sich das gerade zeigt, ich werde jetzt, äh, jetzt in kein Drama gehen, ich werde in meiner Mitte bleiben, ich, äh, werde in meinem, äh, äh, um, oder was weiß ich, meditativen Grundzustand bleiben, Spaß jetzt, aber ich bleib mir in meiner guten Energie, aber ich anerkenne, dass da ein Stachel ist, der sich, äh, kurz zeigen möchte, also auch angeschaut werden möchte und lass es dann aber auch weiterziehen, das ist so ein bisschen so, wie wenn man meditiert, äh, konzentriert sich auf seinem Atem und da kommt ein störender Gedanke, da sagt man ja auch nicht irgendwie, äh, du Arschloch, du blöder Gedanke, so, verpiss dich, sondern man, man anerkennt, ah ja, okay, da kommt dieser Gedanke hoch und hallo Gedanke und, ähm, und dann viel Spaß beim Weiterziehen, also du fütterst, das ist die gleiche Haltung, du fütterst ja auch innerhalb einer Meditation dann nicht einen Gedanken, der aufkommt, indem du über diesen Gedanken dann weiter spinnst und stundenlang drüber nachdenkst, dann könntest du das Meditieren ja auch gleich lassen, ähm, sondern du sagst dir, ah ja, danke, störender Gedanke und, ähm, ja, und lässt ihn dann, versuchst es, klingt ja auch nicht immer, lässt ihn dann weiterziehen, also insofern, äh, macht es total Sinn, Sachen immer aus dem Positiven zu sehen, äh, auch kannst du toxische Beziehungen oder toxische Situationen oder Sachen, die schwierig sind, kannst du auch immer wieder sehen, als, ah ja, prima, da will mich was in die Entwicklung bringen, ähm, ich werde dir auch nochmal so einen Artikel, ähm, drunter verlinken, also wo, ja, oder einfach, vielleicht mal drüber nachdenken kannst, ob man auch toxische Beziehungen oder eine schlechte Beziehung nicht so sehen kann, ja, also das ist genau das, was mich weitergebracht hat und das hat auch irgendwie sein Gutes, das braucht auch viel Abstand, dass man das kann, ähm, und das Gleiche ist eben auch bei Sachen im Alltag, also, vor allem weißt du nie, äh, was dich aus einer Sache ergibt, ne, vielleicht, äh, weißt du dich, du, nehmen wir mal an, äh, was weiß ich, du freust dich drauf, dass du dir heute eine ganz besondere, äh, tolle Jeans kaufen willst, so jetzt kommst du in den Laden und siehst du ja, die ist, die ist nicht da, ne, gibt's nicht, und, äh, dann denkst du, na, ich will sie aber haben und dann, äh, denkst du vielleicht, so ein Mist, was soll das jetzt, äh, und kriegst dann vielleicht raus, dass sie in ganz anderen Laden zu haben ist, dann musst du in diesen anderen Laden fahren und, ähm, auf dem will ich in einen anderen Laden, lernst du irgendeinen coolen Menschen kennen, oder, also, wo du dann hinterher vielleicht denkst, ja, war aber erst scheiße, dass es die Jeans nicht gab, ähm, aber, äh, wo letztlich hat das irgendwie auch eine verschlungene Art, war es auch irgendwie wieder cool, ja, und, äh, du könntest jetzt in dem Moment, ähm, wo es diese Jeans nicht gibt, könntest du auch diesen kleinen Schmerz, den das vielleicht, äh, anerkennen und sagen, ja, ich bin jetzt frustriert, das ist auch total in Ordnung, also du musst auch nie irgendeine Emotion unterdrücken in dir, ist eine andere Frage, ob du sie ausleben solltest gegenüber anderen Menschen, das häufig nicht, aber, ähm, kannst sie wahrnehmen, Frust, ja, okay, äh, und kannst gleichzeitig positiv denken im Sinne von, oh, mal gucken, was da noch was draus wird, oder sollte wohl nicht sein, also beides geht durchaus zusammen und beides macht auch nur zusammen Sinn, also, wenn man gleich nur auf positives Denken geht und den Schmerz wegdrückt, das nennt man so Spiritual Bypassing, also, ähm, sozusagen, man, äh, versucht den Schmerz zu umgehen durch spirituelle Betätigung, ähm, das wird sehr viel gemacht, ähm, dass Sachen so, äh, dass man, weiß ich nicht, versucht, sozusagen durch spirituelle meditative, was weiß ich Betätigung, äh, sich so abzulenken, dass man einen Schmerzpunkt gar nicht spürt, so ist es aber nicht gedacht, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht gedacht, dass man diesen Schmerzpunkt weiter füttert, ja, hoffe, äh, das war, ähm, denkenderweise verständlich und, äh, hebt vielleicht auch so ein paar, äh, Fragen, die man hat rund um positives Denken oder sich Sachen schönreden, vielleicht ins Rechte Riecht. Riecht.